Mein Zeit! Mein Name ist Hannes und ich bin IT-Mitarbeiter bei Transgummi. Wir haben hier viele verschiedene Abteilungen, aber die IT ist so etwas wie das Herzstück des Unternehmens. Deshalb sagen viele zu mir Der Hannes, der kann es! Für die Abteilung mit Vorbildfunktion suchen wir ein neues Teammitglied. Ihr habt richtig gehört, denn eine Person in IT ist genauso wichtig wie zwölf Marketingmenschen. 28 Erbsenzähler in der Finanzabteilung. Und ja, sogar wertvoller als zwei Geschäftsführer. So schaut's aus. Und nun zu den Facts. Wir sind kein obercooles Startup. Mehr als zwei Tage Homeoffice gibt's hier nicht. Dafür holen wir dich regelmäßig zurück ins Büro. Na mal, Setz. Unsere Abteilung hat ein stolzes Durchschnittsalter und damit auch die höchste Erfahrung, die wir gerne an unser neues Teammitglied weitergeben. Mahlzeit, Leute! Mahlzeit! 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 Das Highlight, die Kantine, bietet so etwas wie echte Haubenküche an. Mahlzeit! Franz Gourmet ist offensichtlich ein toller Arbeitgeber mit einer noch besseren IT-Abteilung. Denn ohne uns würde dein Schnitzel also nie auf den Teller kommen. Danke! Du setzt auf Altbewährte statt auf Innovation? Findest AI und Apps etwas für Kids? Du bist gemütlich und gibst uns solide 90 Prozent? Dann bist du das eine Teammitglied, das wir in IT so dringend benötigen. Bewirb dich jetzt! Und am besten per Fax! Ich liebe dieses Unternehmen! Yes! Schuss! Bild die Werte! Schuss! Schuss! Bis zum nächsten Mal.